Hallo, ich bin Franka, das ist mein Bass und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich euch zeigen, wie man Wilders on the Storm von den Doors auf den Bass spielt. Der Song kam 1971 raus und war, wie ich das gelesen habe, der letzte Song, den die Doors zusammen aufgenommen. Ich fand die Doors schon immer ziemlich cool, ich habe, als ich Teenie war, schon den Film von Oliver Stone gesehen, der kam Anfang der 90er raus und war ziemlich fasziniert davon. Der Song hier, den habe ich auch immer sehr gern gehört und höre ihn heute noch sehr gern. Und der hat so eine ganz bestimmte Stimmung in die er einen versetzt. Der klingt so ein bisschen mystisch, melancholisch. Am Anfang hört man diesen Regensound, diesen Gewittersound und dann setzt du ganz harmonisch, super dazu passend, diese ruhige Basslinie ein, die sich so durch den ganzen Song durchzieht. Man kann anhand dieser Basslinie, die eben diese sieben Minuten lang fast durchgespielt wird, gut üben, wie man hier die ganze Zeit gleichmäßig spielt und damit die Grundlage für den Song gibt und für die vielen Soli, die es auch in dem Song gibt. Und ganz wichtig ist dabei, dass man mit der linken Hand nicht verkrampft, sondern die ganze Zeit locker durchspielt. Da könnt ihr wirklich mal drauf achten, denn wenn man verkrampft, dann ist es schnell so, dass es auch in der linken Hand mal wehtun kann. Aber ich bin mir sicher, das schafft ihr. Wie man das Ganze spielt, zeige ich euch jetzt. So, also die Basslinie, von der ich gesprochen habe, die sich durch den ganzen Song durchzieht, geht folgendermaßen. Ja, das heißt, wir fangen auf der leeren E-Seite an. Zweiter Bund A-Seite, dritter Bund E-Seite, zweiter Bund A-Seite, dann leere E, leere A, vierte A, leere A. Und das ist es schon. Ich mache es nochmal langsam. Und hier ist es wichtig, dass wir am Ende die leere A-Seite dann abdämpfen, bevor wir wieder die leere E-Seite spielen. Denn wenn die beiden Leerseiten zusammenklingen, klingt es einfach nicht schön auf dem Bass. Also nochmal. Das heißt, ich lege dann am Ende, wenn die A-Seite geklungen ist, dann nochmal kurz meinen kleinen Finger hier drauf, damit sie aufhört zu schwingen. So, diese Basslinie wird immer wieder mal unterbrochen im Song durch eine andere Stelle, die wir uns nochmal anschauen müssen. Und zwar gehen wir da mit dem Zeigefinger auf den fünften Bund der E-Seite und platzieren uns im sogenannten Oktavgriff. Das heißt, wir haben hier das A und hier haben wir das A eine Oktave höher. Gehen wir hier, ich mache das mal mit dem kleinen Finger, weil es für mich, ich habe ein bisschen kleinere Hände, einfach bequemer ist. Ihr könnt es auch gerne mit dem Ringfinger machen. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie man diese Stelle spielt. Und dann würde es wieder losgehen mit der normalen Basslinie. Ja, ich mache das nochmal langsam und zeige euch nochmal genau, was man da spielt. Also, wie gesagt, wir platzieren uns hier wieder im Oktavgriff auf dem A, auf dem fünften Bund auf der E-Seite. Hier ist es wichtig, dass wir den Zeigefinger nicht komplett wieder hochnehmen, wenn wir den Ton gespielt haben, sondern nur ein bisschen, sodass die Saite aufhört zu schwingen, damit hier auch wieder der fünfte Bund und der siebte Bund der D-Seite nicht zusammen klingen, weil es sonst unschön klingt. Und jetzt fünfter Bund A-Seite. Dann rutschen wir hier rüber zum dritten Bund A-Seite. Zweiter Bund. Und Leerseite A. Und dann geht es wieder weiter. Jetzt nochmal alles im Zusammenhang. Genau, das war's. Und dann geht es wieder weiter. Rocky-Zimmer tea. вз �elier Mitагier��분 in A-Seite. Jorge-Zimmer. Fortz Matter. Mitk kamera Dlatego Exerciseکien g KATRU wickedlich auch staatlich doch umhalte zuureden, das war's. Para ein langes要業. Durch mich nicht mit einer dritten Ellens faire einfach crear La CAR. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018